Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 5. Heute mal mit einer ganz besonderen Modvorstellung und zwar der Feuerwehr Lüdenscheid Submod in Emergency 5. Mega, mega geil, was hier Neues wieder in Emergency 5 als geile Submod verfügbar ist. Grob gesagt, es sind die Fahrzeuge von Wuppertal und die Karte von Biberfelde. Jedes Fahrzeug hat ein doch sehr, sehr schönes Skin-Over bekommen. Es gibt einige neue Modelle, viele Sonderfahrzeuge, es gibt neue Wachen und was genau davon alles umgesetzt wurde und wie es umgesetzt wurde, das zeige ich euch jetzt. Fangen wir mal an mit der Wache 1. Man kennt die Aufteilung der Fahrzeuge wie aus original Biberfelde und hier die Wache 1. Hier muss ich sagen, sehr, sehr schön umgesetzt. Teilweise vielleicht erkennt man zu viel Wuppertal, aber das ist trotzdem eine gute Mischung. Gibt auch viele Neuerungen. Alarmstoffenerhöhung mache ich jetzt nicht, weil wir gerade keine Einnitze haben, aber an sich soweit auch ein paar coole Skriptveränderungen. Ja, der Löschzug der Wache 1, soweit klassisch. Harlef, DLK, Harlef und Rüstwagen. Brauchen auch nicht viel zu sagen. Soweit funktionstüchtig. Atemschutzlogik ist vorhanden. Hier vorne der Rettungsdienst ist auch vom Design her was ganz Neues. Sieht finde ich auch sehr, sehr schön aus. Auch hier Rettungswache 1 in dem Sinne von der Feuerwehr gestellt. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Auf der Gebäuderückseite sieht man jetzt eine Menge neuer Fahrzeuge. Hier vorne nochmal ein KTW und hier direkt auch nochmal zwei weitere Rettungswagen. Hier sogar ein IRTW und der 1RTW3 und noch plötzlich der LNA. Ein ganz ganz neues Fahrzeug. Was denn zugekommen ist, ist der GW Öl. Inwiefern es Öleinsätze gibt, kann ich noch nicht sagen. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich sehe gerade schon Atemschutzüberwachung starten. Das heißt, wird mit Sicherheit, wie praktisch in der Biberfelde, der AB-Geräteschutz die Funktion haben zur Atemschutzüberwachung. Sehr, sehr schönes Fahrzeug. Vielleicht gibt es da auch ein oder andere Spezialeinsätze. Wer weiß. Wir werden es sehen. Hier auf der Rückseite vom 1ELW1, der 1ELW-51. Okay, sagt mir so gerade nichts. Was kann der hier? Abspannen, neue Einheitsstelle erstellen. Und Löschflugzeug. Ah, genau. Okay, dann ist das der fürs Löschflugzeug, wenn man einen wunderschönen Waldbrand hat. Dann hier vorne zwei WLFs, 1WLF1 und WLF2 mit den Abrollbehältern, die ich jetzt gerade nicht alarmieren kann, weil nämlich die beiden Fahrzeuge alarmiert wurden. Aber soweit gibt es den AB-Dekon, AB-ELW und AB-Atemschutz. Auf der Wache 3 der Berufsfeuerwehr bzw. Werkfeuerwehr gibt es auch noch mal zwei weitere. Die schauen wir uns gleich an. Hier, auch neu dazugekommen, praktisch die FF von der Berufsfeuerwehr 1, gibt es jetzt hier die FF11. Auch klassisch bestehend aus zwei Löschfahrzeugen, in dem Sinne zwei HLFs, einer DLK und hier noch ein, zwei Dekofahrzeuge. Ich glaube, der hier ist sogar alarmierbar, aber vermutlich gerade nicht, weil irgendwie entweder Alarmausdrückzeit oder Springerpersonal, das so gelöst wurde. Das ist jetzt meine Erklärung. Normalerweise wäre das als GTLF deklariert. Ich kann mal gucken, ob ich, wenn ich hier alles einrücken lasse, ob dann vielleicht hier sich irgendwie was verändert von den Ausdrückmöglichkeiten. Ich denke aber schon. Hier hinten versteckt noch ein weiterer Abrollbehälter. Mulde, so wie es aussieht, aber nicht einherzbereit. Soweit die Wache 1. Machen wir mal weiter mit der Wache 2. Nein, das ist nicht die Wache 2. Das hier ist die Wache 2. Auch hier wieder die klassische Aufteilung, ELW, HLF, DLK und Rüstwagen. Hier gibt es auch noch ein Löschfahrzeug, was man hier gerade nicht so gut sehen kann, aber das hier anscheinend auch aktuell nicht einsetzbar. Ah doch, jetzt ist es. Ah, perfekt. Hier. So, dann gehen wir mal direkt zur Wache 1 zurück. Wahrscheinlich hatte ich recht mit der... Ach genau, mit dem Personal. Ja, genau. Hier zum Beispiel der MTW. Und jetzt kann wieder gar nichts mehr ausrücken. Das finde ich super. Ja, perfekt. Das heißt, wir haben gerade auch wieder geklärt. Das heißt, einer von diesen Fahrzeugen kann nur ausrücken. Dann, wie gesagt, zur Wache 2. Das gleiche Spiel wie wahrscheinlich hier. Dann eben Rüstwagen fährt heim und dann Varus, Halif, alarmierbar. Auf der Rückseite zwei Rettungswagen und Notarzt, wie man es kennt. Zusätzlich hinzugekommen ist hier hinten die kleine Rettungswache mit einem KTW-Stellplatz und nochmal zwei Rettungswagen. Dann zur Freiwilligen bzw. zur Werkfeuerwehr erstmal. Freiwillige Feuerwehr kommt gleich. Hier die komplett neue Werksfeuerwehr von Chemiepark Westwind Lüdenscheid. Sehr, sehr schön. Und zwar gibt es ein ganz, ganz neues Dekon-P. Hätte ich eigentlich so nicht erwartet, aber Dekon-P. Auch mit den klassischen Anzügen, wie man es kennt. Und mit dem wunderschönen Design. Die Werkfeuerwehr hat hier neben ein älteres WLF, das 3WLF1. Bisschen zu alt, aber mein Gott, man hat ja nicht mal komplett einen modernen Fuhrpark. Auch hier wieder zwei Abrollbehälter, die AB-Dekon und AB-Manf sind. Auch teilweise in den Hallen vorhanden, schönes Dekomaterial. Und auch hier wieder ein MTW, KTW und nochmal zwei Fahrzeuge. Ein HLF und ein TLF 4000. Dann die Freiwillige Feuerwehr. Jetzt aber die Richtige. Wenn ich sie denn jetzt finden würde. Genau, hier vorne. Hier ist die Freiwillige Feuerwehr 14 mit einem TLF und nochmal einem TLF. Ich finde ehrlich gesagt die Kombination sehr, sehr cool mit den Reifen und dem Blaulicht. Hat so ein bisschen frischen Wind. Finde ich cool. Dann hier oben nochmal eine weitere Freiwillige Feuerwehr. Hier die 12 mit einem Gerätewagen Technik oder GW Tech. Dann zwei LFs, beziehungsweise auch Halef, einer Drehleiter und natürlich auch wieder einem PKW. Dann hier genau, die hatten wir schon. Gibt es noch eine weitere Freiwillige Feuerwehr auf der Karte. Da ist ein bisschen was dazugekommen. Und zwar auch nochmal hier die Wache 13. Auch bestehend aus einem Halef, LF und SW 2000. In dem Sinne wurden dann die Fahrzeuge von außerhalb der Karte direkt auf die Karte gepackt. Dass man noch mehr Feuerwehrmöglichkeiten hat und nicht so lange warten muss. Kommen wir nun zum Rettungsdienst. Dieser, wie gesagt, ist ja vom Design her auch komplett überarbeitet worden. Dann hier, wie man auch aus Biberfelde kennt, Rettungswache 5, zwei RTWs, ein NEF. Und dann hier im Südwesten gibt es auch nochmal eine Rettungsstation. Diese hier ist nochmal anders aufgebaut als die Standardvariante. In BFE gibt es ja auch hier RTW, KTW und NEF. Hier ist es jetzt KTW, RTW, ein Kombi und nochmal ein ASB-GB-SAN mit dem schönen Zell, wie man es kennt. Na, genau so. Und auch voll funktionstüchtig mit den Personen ausrückbar. Auch hier wahrscheinlich wieder, wenn beide Fahrzeuge ausrücken, gibt es irgendwie weniger Personal. Zumindest bei dem Kombi, der hier ist voll besetzt. Aber ich denke mal, das wird sich mit Sicherheit auch nach den ganzen Spielen wieder alles zeigen. Die Polizei, beziehungsweise auch nochmal die Krankenhäuser, sind auch noch von ihrer Position her verändert worden. Hier zum Beispiel ein Krankenhaus. Ich schicke jetzt, glaube ich, kein Schild, wofür das ist. Aber hier, das ist das erste Krankenhaus. Und dann gibt es noch hier direkt zwei weitere mit einem Heli, eine Notaufnahme und das hier ist ein Parkhaus. Was haben wir hier vorne? Und, na, wo ist der Eingang? Okay, hier gibt es keinen Eingang, aber in dem Sinne gibt es zwei Krankenhäuser relativ nah beieinander. Wurde auch schon kritisiert, aber die Begründung dafür ist natürlich, wenn man sagt, das beruht auf der Realität. Da gibt es auch zwei Krankenhäuser, die recht nah beieinander liegen, sind aber natürlich dann hier ingame mit einer anderen Spezifikation ausgerüstet, sodass nicht alle immer zu den gleichen Krankenhäusern dann fahren werden. Finde ich auch cool umgesetzt. Bin gespannt, wie es im Einarzt aussieht. Und hier sehen wir direkt die Polizeiwache, direkt nebenan. Klar, für eine große Karte braucht man auch viele Fahrzeuge. Gerade bei der Polizei hat man ja auch schon in Biberfeld Next Generation, das Glück gehabt, gefühlt 100 Streifenwagen zu haben. Auch hier Funkstreifenwagen, alles funktionstüchtig. Hierbei gibt es noch ein paar Besonderheiten, und zwar die Bereitschaftspolizei, beziehungsweise auch die Sonderfahrzeuge der Polizei. Man sieht hier auf jeden Fall einige stehen. Ich alarmiere die einfach mal. Und wir haben auch schon direkt hier einen Wasserwerfer. Direkt auf der Karte. Natürlich dauert das Ganze auch mal ein bisschen, aber an sich, wenn sie schon mal auf der Karte sind, sind sie schneller am Einsatzort, als wenn sie von außerhalb kommen würden. Wie die Ausrückzeiten hier so sind, kann ich noch nicht sagen. Aber es sieht zumindest ganz gut aus für den HGKW. Okay, und auch hier der Wagen mit der speziellen Drohne ist auch noch am Start. Natürlich auch das SEK nicht zu vergessen. Und auch natürlich meinen geliebten Wally, nenne ich ihn scherzeshalber, den Roboter zum Bombenentschärfen. Jetzt sehe ich hier gerade noch eine Person aussteigen. Oh, okay. Das heißt, wir haben jetzt einen Bombenentschärfer und einen SEK-Roboter. Das ist cool. Das heißt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, eine Bombe zu entschärfen. Der hat jetzt nicht viele Möglichkeiten, aber im Fall eines Einsatzes ist er auf jeden Fall gut ausgerüstet, der Holger Schneider. Sehr interessant. Wasserwerfer auch direkt am Start. Und auch Wasserwerfer kann, wie man das an dem Icon hier erkennen kann, auch Demonstranten, wenn sie aggressiv werden gegenüber Einheitsleuten, kann dieser auch eben Personen mit nass machen. Dann gibt es noch von der technischen Seite einen Entstörungsdienst mit dem klassischen Ingenieur für etwaige Stromeinsätze, Stromkästen, Ampeln, was da so alles anfällt, gibt es einmal das erste Fahrzeug hier im Bereich der Stadtwerke. Der zweite Standort für ein fast vergleichbares Fahrzeug auf diesem Gelände ist dieser schöne Wagen. Dieser gehört allerdings der Straßenreinigung. Auch hier umgesetzt wieder mit einem Ingenieur. Das heißt insgesamt zwei stehen zur Auswahl für etwaige technische Einsätze. Ja, jetzt habe ich schon viele Fahrzeuge vorgestellt, aber es ist noch tatsächlich nicht das Ende. Man mag es kaum glauben. Es gibt 60 spielbare Fahrzeuge, soweit ich es verstanden habe. Also es ist schon, oder fast sogar noch mehr. Das ist schon recht ordentlich und wir machen mal hier direkt weiter mit den Fahrzeugen von außerhalb. Hier muss ich sagen, fällt mir direkt ins Auge ein neuer Bus. Ein GRTW. Und so wie man das hier sieht, ist diese auch tatsächlich funktionstüchtig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwierig oder wie einfach das sein muss umzusetzen. Ich habe davon keine Ahnung, deswegen Hut ab, sowas zu machen. Sieht mega geil aus. Auch mal mit so einem interessanten Blaulicht. Vorne und hinten drei Sanitäter, beziehungsweise hier sogar... Ne, zwei Notfallsanitäter und ein Notarzt am Start. Sehr, sehr schickes Modell. Ich freue mich auch total, das mal in Action zu sehen. Gar keine Frage. Und direkt noch natürlich die Rettungsfahrzeuge. Von außerhalb gibt es noch mehr Rettungswagen. Von außerhalb kommen nochmal zwei von der Rettungswache 9, sowie nochmal ein Notarzt und ein KTW. Und natürlich die zwei schon aus der Wuppertaler Version, beziehungsweise... Genau, Wuppertaler Version. Die 1NF1 und hier noch einmal SG-1NF1. Das müsste, glaube ich, jetzt... Wenn ich es mich nicht vertue... Genau, das waren die Erweiterungen von den zwei NEFs aus der Wuppertaler Version. So, dass man im Falle eines Mannflages auf jeden Fall noch mehr Notärzte an der Stelle hat. Sehr, sehr cool. Der Hund vom THW, beziehungsweise die THW-Hundestaffel mit Anhänger, der gerade so ein bisschen spinnt, aber das ist wohl wieder in Ordnung. Den Hund, den kennt man ja auch für etwaige Vermisstenfälle. Und natürlich auch, was auch sehr cool ist, man kann den auch für Straftäter-Missionen in dem Sinne freilassen. Das heißt, wenn man hat hier einen Straftäter, kann man den Hund drauf losschicken. Dann hält der Hund den Straftäter auf und dann kann man mit dem Streifenwagen den schön einsammeln. Und das sogar ohne eine Schusswaffe zu nutzen. Also, falls ihr Bock habt, den Einlass ohne Verletze abzuarbeiten, kann ich euch den Rettungs- bzw. Polizeihund wärmstens empfehlen. Die Polizei habe ich noch gar nicht vorgestellt und ich weiß auch ehrlich gesagt noch selber nicht, was hier alles kommt. Auf jeden Fall kann dieser hier eine neue Einheitsstelle erstellen und die Fahrzeuge umleiten. Genau, diese Version kennt man ja schon aus Wuppertal. Einfach mit Rechtsklick und Mausrad verschiebbar und den letzten, genau mit linker Maustaste, aktivierbar. Und dann aktiviert sich diese Linie und die ganzen Fahrzeuge bewegen sich auf dieser Linie entlang. Wenn ich das jetzt deaktiviere, hoffentlich, oder wenn ich es mal deaktivieren kann, fände ich das gut. In Wuppertal wurde es, glaube ich, so gelöst. Ah, perfekt. Einmal draufdrücken, dann ist es wieder weg. Perfekt. So, dann hatte ich hier noch einen Button gesehen und zwar hier auf Patrouille und Fahrzeuge umleiten. Fahrzeuge umleiten, das haben jetzt hier gerade keine Fahrzeuge vor Ort, aber scheint zu funktionieren, weil er hat gerade was ausgeführt. Auf Streifenfahrt, ja, er bewegt sich noch nicht. Scheint wohl ein bisschen zu dauern oder funktioniert noch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er macht was. Hier drei Streifenwagen als Anschauung für die Polizei. Vorhin ja schon gezeigt, es gibt viele verschiedene Polizeifahrzeuge und wir sehen, das gerade fährt weg. Also, ich denke, die Streifenfahrt hat funktioniert und wir sehen sogar, hier ist das Fahrzeug noch alarmierbar. Das heißt, auf Streifenfahrt können wir dieses Fahrzeug wieder zurück alarmieren. Das scheint soweit auch zu funktionieren. Da kommt es wieder angezischt. Hier sehen wir auch von den Polizeibeamten eine etwas ältere und eine neuere Generation von Uniformen. Und auch hier wieder haben wir die tolle Funktion, wie man sie in Wuppertal kannte, Pylone zu setzen. Finde ich auch sehr schön. Für mich persönlich wäre es am geilsten, wenn es noch eine Art Absperrband gäbe. Aber man will die Messlatte auch nicht zu hoch legen. So schon mega geil umgesetzt. Finde ich auch super für Spezialeinsätze, die man auch gerade beim Brandfall gut absperren kann mit der Polizei. Auch hier sehr schön umgesetzt. Nochmal zur Feuerwehr. Ich glaube, jetzt sind es die letzten drei bis vier Fahrzeuge. Und zwar hier der KDOW und man kann es hier schon erkennen. Man kann hier verschiedenste Fahrzeuge nachfordern. Ich denke, das ist besonders hilfreich im Multiplayer. Wie gesagt, im Multiplayer scheint es zu funktionieren. Beim ersten Mal nicht. Also direkt nochmal neu starten. Dann geht das wieder. Ist mit Sicherheit eine coole Funktion. Wenn man mal eben dem Kumpel sagt, ey, ich brauche einen H-Lev. Wo? Und dann drückt man einfach drauf und sagt, genau hier. Den klassischen Kran kennt man ja auch. Ist auch wieder dazugekommen. Ja, man sieht hier, Feuerwehr wird wahrscheinlich Wuppertal weggemacht. Jetzt steht hier Feuer W. Technische Hilfeleistung. Da sieht man noch ganz kleinen Wuppertal drin. Macht nichts. Hauptsache es spielbereit. Cooles Modell. Leider ist die Abschleppstange hinten, soweit ich das hier sehen kann, nicht spielbereit. Aber das macht nichts. Schon so ein cooles Gefährt. Und jetzt wirklich zu den letzten zwei Feuerwehrfahrzeugen für heute. Welche Überraschung, ein zweites Dekon-P. Und zwar von der Wach 24. Eigentlich hätte man jetzt erwartet, hm, ja okay. Ein Dekon-P. Wir hatten ja hier vorne einmal. Ne, das war hier unten. Hier vorne einmal dieses 3, beziehungsweise 3LF 20 Dekon-P. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Erweiterung, dass es direkt zwei Fahrzeuge gibt. Und sogar mit Dachmonitor. Ob der jetzt funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht getestet. Aber eine coole Sache. Weil gerade in Wuppertal-Schnitt-Version war es ja eben so. Ein Dekon-P. Und ohne wasserführendes Fahrzeug. Hm. Schwierig. Aber machbar. So ist es auf jeden Fall deutlich einfacher geworden. Wer weiß, vielleicht wurden die Fahrzeuge erhöht. Sodass dadurch ein noch größeres Einheitsszenario entstehen kann. Gerade auch vielleicht durch spezielle und coole Neufahrzeuge. Wie zum Beispiel der GRTW. Das weiß ich nicht. Deswegen kann ich euch nur empfehlen. Spielt die Version selber. Und zu guter Letzt noch ein Wasserrettungsfahrzeug. Und wir sehen hier unten ja schon einen großen Fluss oder einen Kanal. Und hier auch mit der Funktion natürlich ein Boot zu setzen. Das heißt GW-Wasserrettung auch funktionsdüchtig. Mit an Bord drei Taucher. Die natürlich, wie man es kennt von Tauchern, schön watscheln. Vielleicht gibt es auch einige technische Einsätze im Wasser. Dass man vielleicht die Wasserrettung und sogar den Kran braucht. Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und ja. Ich muss sagen. Fazit. Es sind schöne Fahrzeuge. Klar, es sind jetzt die Fahrzeuge von Wuppertal mit einem Skin-Over. Keine Frage. Aber so als schöne Erweiterung. Submod. Super spielbar. Und ich freue mich schon echt, solche Fahrzeuge in Action zu sehen. Gerade wie den GRTW. Oder auch hier coole Neufahrzeuge. Wie zum Beispiel GTLF von der Wache 1. Da muss ich sagen. Sieht mega, mega geil aus. Ich hoffe, jetzt könnte ich es mal alarmieren, wenn ich den MTW nach Hause schicke. Und wir hoffen einfach mal das Beste. Ich spule mal ein bisschen vor. Und dann sehen wir es gleich. Ich bin sehr gespannt, wie das sich spieltechnisch umsetzen wird. Und ich werde es auch liebend gerne im Multiplayer testen. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel. Jetzt können wir auf einen Schlag WLF und GTLF alarmieren. Das scheint wohl mit dem Personal zusammenzuhängen. Und soweit. Oh, guck mal hier. Dekon P1 und Dekon P2. Gibt es auch zwei Dekon P-Abrollbehälter. Das heißt, wir haben insgesamt vier Möglichkeiten, Personen zu dekontaminieren. Das lässt vermuten, dass es vielleicht ein paar mehr Einnetze gibt. Ich will natürlich nicht so viel spekulieren. Aber wer weiß. Wir werden es sehen. Und mit diesen geilen Bildern möchte ich mich heute verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich finde die Version auf jeden Fall sehr gelungen. Kann euch empfehlen, es selber zu spielen. Und hier sehen wir ein schönes Fahrzeug mit zwei Werfern. Mega, mega geil. Mir wurde gesagt, dass der untere Werfer aktuell noch nicht funktionstüchtig ist. Aber es wird daran gearbeitet natürlich, das Ganze ein bisschen zu erweitern, dass auch der zweite Monitor spielbar wird. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Schaut gerne mal rein. Und wenn es nichts für euch ist, dann ist es so. Ich finde es super gelungen. Und wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich natürlich liebend gerne über ein Abo oder einen Daumen nach oben freuen. Und zockt selber. Es wird sich mit Sicherheit lohnen. Und dann sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Reingehauen. Und ciao. Bis dann. Bis dann.